Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MusikDNA, dem Podcast, wo wir über für uns wichtige Musik reden. Und heute ist endlich, möchte ich sagen, Trent Reznor, beziehungsweise sind die Nine in Schnells fällig. Yes. Danke für deinen Beitrag. Danke für deinen Beitrag. Wir sprechen über Nine in Schnells, sprechen wir eigentlich über Trent Reznor, denn Nine in Schnells ist bis 2016 eigentlich wirklich nur so ein Solo-Ding gewesen von ihm selber. Seit 2016 ist noch der Atticus Ross dabei und jetzt sind sie ein Duo. Und ich möchte, und das ist ein starkes Statement, wie wir in Hamburg sagen, Nine in Schnells sind für mich eine der bedeutsamsten, ich soll immer Gruppen sagen, Bands, ist eine der bedeutsamsten Bands für mich, weil die mich wirklich wahnsinnig geprägt haben. Ich habe durch Trent Reznor meine Liebe zum Industrial, beziehungsweise zu etwas dreckigeren elektronischer Musik entdeckt. Gerade die Kombination aus diesen grittigen und Gitarren, das ist wirklich was, das habe ich von ihm gelernt. Wir reden heute in allererster Linie, beziehungsweise fokussieren wir uns so ein bisschen auf With Teeth. Ich liebe diesen Albumtitel, den man als Deutscher richtig gut aussprechen kann. So wie The Smiths. With Smiths for The Teeth. Ich habe gerade auf das Album gezeigt, weil wenn ihr uns bei YouTube oder Spotify seht, dann habt ihr das gesehen, ansonsten müsst ihr euch das vorstellen. Sehr schön, ja. Ich habe hier auch noch ein, zwei andere Alben stehen. Nun ist es aber so, dass ich von Nine in Schnells tatsächlich nicht so viel habe oder besitze in physischer Form. Ich habe noch eine Downward Spiral und vieles andere eher so digital, weil tatsächlich Nine in Schnells eine Gruppe ist, die sehr, sehr viel digital veröffentlicht, zum Teil auch gratis zur Verfügung gestellt hat. Deswegen war das für mich immer so ein, muss ich nicht unbedingt kaufen. Ihr wundert euch sicherlich, falls ihr das hier gerade seht, was da noch steht, da kommen wir noch später zu. Weil, wenn wir über Trent Reznor reden, reden wir nicht nur über die Nine in Schnells. Frage an dich, was bedeutet eigentlich Nine in Schnells? Ich dachte, das wäre ein Sargnägel einfach. Da hast du schon mehr rein interpretiert als Trent Reznor. Da hat nämlich mal gesagt, wir haben eigentlich nur was gesucht, was irgendwie gut klingt. Und Nine in Schnells hat irgendwie ein gutes Ding. Das ist übrigens was, was wir oft bei so Bands haben. Wir haben nicht so immer über Namen geredet, aber ganz oft war das immer nur so ein, ja, das klang halt irgendwie cool. Ich könnte dir auch gar nicht sagen, warum ich das denke. Das ist einfach so in meinem Kopf miteinander verknüpft. Nein, in Schnells sind es so die Säge, also, weißt du, was ich meine? Aber jetzt, wo du mich gefragt hast, denke ich mir so, wieso eigentlich so? Es gibt ja auch keine Verbindung. Aber das sind so die einzigen Nägel, wo ich denke, ja, das ist so Sprichwort mit Nägeln. Nein, in Schnells passt doch. Fast irgendwie. Wäre auch, finde ich, fast eine interessantere Erklärung. Aber er hat im Interview, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt, die Frage ernst zu beantworten. Aber das, was ich von ihm gesehen habe, war immer so, ja, das klang halt cool. Ja, tut's auch. Und ich verträumte auch so ein bisschen. Die gibt es schon sehr lange. Wir haben eine Vorgeschichte, die, finde ich, ganz interessant ist, weil in der Billie Eilish-Folge haben wir so ein bisschen darüber geredet, dass wir heute in einer Zeit leben, wo eigentlich jeder zu Hause Musik machen kann, die du mit allen nötigen Mitteln dann auch zum Teil einfach schon so fertig machen kannst. Ja. Digitalisierung macht's möglich. Damals, wir reden von 1988, 89, war das noch eine Zeit, wo das nicht so einfach ging. Trent Reznor ist jemand, der wollte immer eigene Musik machen und war auch als Sänger in einigen Bands unterwegs. Aber so richtig geil war das nicht, wenn er irgendwie in der Band beigetreten ist und dann musste man, da hört man auch so lästige Leute um einen rum, die dann irgendwie sagen, hey, lass doch mal das probieren oder mach doch mal so. Fand er alles nicht gut, bis er dann quasi angefangen hat, in einem Musikstudio zu arbeiten. Und es ist das Gerücht, und er hat das auch ein, zwei Mal so bestätigt, dass er nicht so richtig viel Geld gekriegt hat, aber in seiner Freizeit, quasi nach der offiziellen Arbeit in diesem Studio, durfte er das Studio nutzen, das Studio-Equipment nutzen. Und da hat er gesagt, Mensch, wenn ich doch schon mal hier so teures Equipment habe, da zieh ich es jetzt mal durch und hat dann einfach in diesem Studio alleine komplett für sich das erste Nein-In-Schnells-Album zusammengemixt, gemacht, produziert. Und das war Pretty Hate Machine von 1989. Und das war gleich ein Album, das sehr erfolgreich war. Erstaunlicherweise. Von jemandem, den man eigentlich nicht kennt, da sind so Sachen drauf, also es ist ein bisschen schwierig, weil das keine Radio-Singles waren oder so, oder Sachen, die man hier so richtig... Er ist immer noch sehr weit von Radio-Singles weg gewesen. Das ist wahr, Head Like a Hole sind aber so Sachen, oder Terrible Lie wird man noch vielleicht kennen. Head Like a Hole ist auch so ein Evergreen von den Nein-In-Schnells. Spielt er auch immer noch, wird immer noch live gespielt. Also das ist so, der hat stark angefangen und danach auch nicht mehr nachgelassen. Und das war es dann auch, Nein-In-Schnells war gegründet, weiter ging es. Er hat sich für Live-Auftritte dann immer wieder Leute dazugeholt, aber die waren nie wirklich bei dem Writing-Progress dabei oder bei der Produktion in dem Sinne, da war er immer das Mastermind und die waren dann angestellt. Das ist Session-Musiker, wie es hier eigentlich auch gang und gäbe ist. Also das ist schon so, und ich glaube, das ist auch so das Thema, wenn du halt so eine klare Idee hast, nenne ich es mal, und du hast so klare Soundvorstellungen und du bist halt auch so eine Arbeitermaschine irgendwie, dann mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ist schwierig. Ja, vor allen Dingen, wir reden ja auch von einer Zeit 89, wo es sowas, wo es, also Dark-Synthie-Pop, Gritty-Synthie-Pop eigentlich nicht gab. So, wir werden noch über Industrial so ein bisschen reden, über Industrial-Metal reden, wo er eine, wo er eigentlich eines der entscheidenden Mitglieder ist, also Ministry kann man natürlich noch mit zuzählen und noch ein paar andere. Aber der hat eine Vision gehabt und er hat das mal so formuliert, dass er gesagt hat, er denkt sich eine schöne Melodie aus und dann macht er die, verpackt er die so hässlich, wie er nur kann mit elektronischen Mitteln. Das passt. Und das passt total, ist auch ein Erfolgsrezept, was sich dann ja auch durchgezogen hat. Broken gab es dann, das war eine EP, die ist dann 92 rausgekommen. Richtig interessant wurde es dann mit dem Album, was ich hier auch stehen habe, eine Downward-Spiral, weil da sind dann so Sachen drauf, wie zum Beispiel Hurt. Du hattest es, nee, hast du noch nicht erwähnt, das war Off-Camera, weil wir darüber gesprochen haben, okay, welche Songs sind denn von den Nationals irgendwie so präsent. Und dein Zugang war tatsächlich Hurt. Ja, tatsächlich. Ich habe natürlich mal das Tutorial gemacht von Johnny Cash, also natürlich die Akustik-Gitarren-Version, und habe dann mal so auch so ein bisschen kontextlos irgendwie ins Original reingehört, als ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass das gar nicht von Johnny Cash ist, sondern dass es halt auf diesen Cover-Alben drauf war. Und dachte mir dann auch so, ja, irgendwie genau das, was du eben meintest, das schöne Melodie, hässlich verpackt. Und das war mir dann auch nix, weil ich da auch gerade in so Popsphären irgendwie unterwegs war oder halt in so normaler Rockmusik. Und habe dann so ein Nein-in-Schnell-Kapitel irgendwie erstmal wieder zugeklappt, für mich zumindest. Es ist auch wirklich lustig, wie sehr das Johnny Cash-Cover das überwuchert hat. Ich war erneut 2004 Rock am Ring, auch Nein-in-Schnells waren da. Und ich hatte einen Kumpel, der irgendwie Nein-in-Schnells auch nicht kannte. Und ich meinte, ah, das ist schon, das macht schon Spaß live. Also ohne, dass ich die live gesehen habe. Aber was ich wusste, so, da ballert schon was. Und nach dem Konzert kam der dann zu mir und meinte, ja, er war richtig gut. Aber dass er danach das Johnny Cash-Cover dann irgendwie da, das weiß ich nicht, da muss man doch nicht Johnny Cash und so. Und das war, das habe ich auch erst gar nicht verstanden, was er meinte, weil ich kannte die Johnny Cash-Version in der, also ich wusste, dass es war, aber ich wusste nicht, dass sie so groß war. Aber das zeigt schon, was da dann doch für ein Einfluss hinter war und wie spannend das ist, wenn man diesen Song im Original hört. Da gibt es auch verschiedene Versionen von. Als ich die das erste Mal gehört habe, war ich auch immer so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, ich finde den Text, der fässt mich irgendwie so ein bisschen komisch an. Der ist so, hä? Und dann durch dieses auch wirklich, zum Teil ist die Stimme sehr, sehr abgehackt und bearbeitet und so. Das war schon eine etwas andere Erfahrung. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da richtig reingekommen bin. Wir gehen auch kurz die anderen Alben so ein bisschen durch. Fragile war 99, war ein Doppelalbum. Das war eines der Alben, was ich auch wirklich sehr, sehr gemocht habe, wo wirklich, finde ich, tolle, toll produzierte Songs drauf sind, wo es auch ein bisschen, noch ein bisschen melodischer wurde. Also wo es zum Teil auch nur so Klangwelten gab, in Anführungszeichen, wo auch so ein bisschen mehr, keine Ahnung, es gab dann was Elektronisches und da wurde dann Bass drauf gespielt und irgendwann kam dann das Schlagzeug dazu. Es wurde alles ein bisschen zugänglicher, weniger kryptisch und man musste da sich irgendwie so reindenken. Das fand ich, war schön. La Mer habe ich jetzt gerade im Sinn gehabt und einer meiner Lieblingssongs, die ich live, als ich sie dann 2008 oder 2007 oder so nochmal gesehen habe beim Konzert, The Big Come Down. Und das war, das ist ein Song, der vielleicht erstmal ein bisschen simpler ist, aber der mich damals so beeindruckt hat, dass ich dann beschlossen habe, ey, da muss ich noch mehr rein. Das war, das war richtig eine Erfahrung für mich. Schwer wiederzugehen, wenn man nicht dabei war. Okay. Ich mochte es aber sehr. Jetzt reden wir von With Teeth, von The Smith von 2005. Das war auch nochmal, also es ist schwer bei Nine schon jetzt vom kommerziellen Durchbruch zu reden, aber das war nochmal ein Album, was richtig in die Charts reingegangen ist. Weil da waren, man sagt, richtige Hits drauf. Für das Genre. Nee, nicht nur für das Genre, die sind auch wirklich gechartet, die Songs zum Teil. Genau, aber ich meine, es war jetzt nicht so Britney Spears Hits, sondern es war halt für das Genre sehr erfolgreich. Das stimmt. Da sind so Sachen drauf, also was man vielleicht, ich glaube, The Hand That Feeds kennt man, da gab es auch ein sehr, sehr schönes Musikvideo. Only ist ein schöner Song. Also das war, bis dahin kann man schon sagen, das zugänglichste Album, weil es poppiger war. Und auch für seine Verhältnisse das poppigste Album bis dahin. Das kann man auch über The Slip sagen. Year Zero war noch dazwischen, 2007. 2008 gab es dann die ersten Ghosts. One, two, four waren es, glaube ich. Das sind Auskopplungen, die sind primär digital rausgekommen, wo er, also wo, 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 das ist nur Instrumental, das sind mehr so Klangwelten. Man könnte so Richtung Filmmusik so ein bisschen denken. Das ist so eine Verarbeitung, die man dann später auch noch mal gehabt hat, wo es so ein bisschen, wo er so seine Corona-Erfahrung mit verarbeitet hat und die Ängste und so. Da hat er in Interviews dann gesagt, das ist eine... Nee, danach, später. Nicht bei dem Ghost, aber dieses Ghost-Ding ist was, was sich durchgezogen hat. Da ist jetzt gerade 2020... Ich wollte gerade sagen, da hat er aber früh angefangen. Ja, ja, da hat er schon kommen sehen. Nee, bei der... Also Ghosts Five war dann dieses Together-Ding und da hat er dann dieses Corona-Ding versucht. Aber diese Ghost-Serie ist eigentlich immer so, er verarbeitet rein musikalisch ohne Gesang, rein mit Klangwelten und verschiedensten Instrumenten so ein bisschen seine Emotionswelt. Genau, dann kam The Slip, was auch noch mal sehr im Stil von With Teeth war. Also auch poppiger, zugänglicher vielleicht. Das war, finde ich, so ein geschlossenes Ding, weil danach wurde es dann ein bisschen experimenteller wieder. Hesitation Mark 2013, Not The Actual Events 2016, At Violence 2017, Bad Witch 2018. Ich ratter die jetzt ein bisschen runter. Die sind nicht mehr so relevant gewesen, populärmusikalisch. Genau, da sind sie ein bisschen untergegangen. Ich finde, das sind sehr, sehr spannende Sachen. Ich höre die sehr gerne, wenn ich mich anderweitig, also die jetzt nicht Musik machen, aber wenn ich mich anderweitig beschäftige, also wenn ich, keine Ahnung, irgendwas bastle oder wenn ich schreibe oder sowas, dann passen die oft hervorragend, weil die sind zum Teil relativ düster. Und das ist so mein Good-to-go, wenn ich einfach so ein bisschen Background-Kram und so ein bisschen emotional gekickt werden in bestimmte Richtungen, da passen die Sachen hervorragend. Das ist Nein in Schnells unter Nein in Schnells. Ja. Ich will nur ganz kurz, weil hier bei mir im Hintergrund steht zum einen Marilyn Manson, zum anderen steht hier der Film Natural Born Killers. Damit will ich zum Ausdruck bringen, dass Trent Reznor auch jenseits von den Nein in Schnells aber wahnsinnig aktiv war. Er hat ein eigenes Label, Nothing Records. Und er hat die ersten drei Manson-Ein beispielsweise produziert, also American Family, zweiter habe ich vergessen, Holy Wood. Äh, Quatsch, Superstar Antichrist, Antichrist Superstar. Ich bringe ihn immer durcheinander. Er hat also... Wer war zuerst? Er war zuerst. Sehr gut. Ähm, ich will damit zum Ausdruck bringen, dass der zum einen Marilyn Manson groß gemacht hat ähm, und auch sonst wahnsinnig umtriebig war. Also der hat bei Natural Born Killers den Soundtrack zusammengestellt. Ähm, er hat, äh, den Quake-Soundtrack gemacht zum Videospiel, den ich lustigerweise auch wirklich gehört habe. Also ich, es gibt wenig Soundtracks, die ich dann so bewusst anmache, aber den Quake-Soundtrack, der, der macht was. Lost Highway ist, glaube ich, was, was viele noch, noch kennen. Da hat er den, äh, den Soundtrack quasi auch mit zusammengestellt. Da waren dann eben so Sachen. Rammstein haben damit quasi ihren Zugang zum amerikanischen Markt so ein bisschen gekriegt, weil die plötzlich dann, dann da mit drauf waren. Einen Oscar hat er gekriegt, Social Network für die Musik. Kann man vielleicht auch nochmal. Oscar-Musik. Genau, kann man auch nochmal, äh, erwählen. Äh, Girl with a Dragon Tattoo, Gone Girl. Und jetzt, ganz aktuell ist angekündigt worden für 2025, macht er für den nächsten Tron-Film, Ares, ähm, machen sie den Soundtrack zusammen. Also, äh, auch da dick im Geschäft, könnte man sagen. Und zeigt halt auch nochmal, was der für ein, für ein Output hat. So, den er nicht nur beschränkt auf sein, sein Musikprojekt in Anführungszeichen, sondern so wirklich überall seine Fingerchen mit drin hat. Und das vergisst man gerne, wenn man über Nein in Schnells redet und so denkt, ja, aber die haben doch die letzten Jahre nur irgendwie so und so und so. So eine Jahr... Da war doch mal dieser Song, den Johnny Cash gespielt hat. Den dann in Anführungszeichen geklaut haben. Genau. Den dann gecovert haben. Ähm, ich finde, ein wahnsinnig inspirierender Typ. Jedes Mal, wenn ich Interviews von denen oder den beiden mittlerweile sehe, so denke ich, ey, der, der ist einfach so down to earth geblieben, ist irgendwie ein sympathischer Dude, der, der echt wirkt, ähm, der sich auch oft angelegt hat mit der Musikindustrie, der oft kritisiert, was ihm nicht passt, der auch nicht davor zurückschreicht den einen oder anderen Rechtsstreit gegen das ein oder andere Label zu führen, äh, die möglicherweise Dinge nicht so richtig zugesprochen haben. Also, ähm, sehr zugänglich von außen betrachtet. So jemand, der sich nicht einsperrt, sondern das einfach macht. Ähm, With Teeth, lass uns mal darüber sprechen, weil das ist ganz spannend, als wir beschlossen haben, darüber zu reden, ähm, und du nochmal so, dass irgendwie für dich entdeckt hast, das Album. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, ich weiß noch, dass du meintest, lass doch mal With Teeth machen. Ich war so, keine Ahnung. Und ich kannte tatsächlich, ah, einen Song kannte ich, The Lines Begin to Blur. Ähm, den Song kannte ich schon mal, aber ich kam nie auf die Idee, mir das Album anzuhören. Auch bescheuert. Und, ähm, ja, ich hab dann tatsächlich die nächsten drei Wochen eigentlich nur noch einen Schnells gehört. Und zwar nur noch das Album. Ich bin dann irgendwann auch so mal mit, in The Slip irgendwie, äh, hab ich mal reingehört und in, ähm, Year Zero auch. Die waren auch gut, aber With Teeth ist halt wirklich so ein Album, das du von vorne bis hinten durchhören kannst und das ist die ganze Zeit gut. Ja. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, und wenn wir über With Teeth reden, ich finde, man muss immer über Industrial sprechen. Oh ja. Weil, und das ist so ein Ding, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, aber ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich jetzt auch in dem Zuge mich nochmal so ein bisschen, ähm, mit Industrial beschäftigt hab und ich bin ja so ein Riesen, ich hole jetzt wirklich weiter, ich bin ja so ein Riesen-Joseph-Beuys-Fan, ne? Weil der Typ einfach, ähm, also Aktionskünstler, ähm, der, der 60er, 70er bis in die 80er Jahre und weil der halt so gebrochen hat oder auch dagegen angekämpft hat, äh, dass so, dass so Dinge irgendwie in so, das ist Kunst und das ist keine Kunst, ähm, unterteilt werden. Und ganz wichtiger Typ, also das, was heute so ein bisschen als drückte Kunst verschrien ist, wenn einfach nur irgendwer ein Stück Käse in den Raum stellt, so, das hat der damals geprägt, aber halt als Konzept, ne? Ja. Zu sagen, entweder alles ist Kunst oder gar nichts ist Kunst. Und, ähm, total spannender, cooler, krasser, äh, Künstler, der wirklich auch einer der bedeutendsten in dieser ganzen Bewegung war, das war auch so diese Fluxusbewegung aus den 60ern oder ist daraus entstanden oder war auch Teil davon. Und, äh, was halt so in der Kunst passiert ist, ist natürlich auch in der Musik passiert. Und es gab schon so die ersten Klang, äh, Experimente, wo es um so Geräuschmusik ging. Es waren, glaube ich, vor allem französische Komponisten. Es gab so in den 30er Jahren, also Anfang, Anfang des 20er Jahren, es gab schon so die ersten Sachen, wo so ein bisschen die Idee aufgebrochen wurde, dass man Musik nur mit Instrumenten machen kann. Sondern, dass man Musik auch aus Geräuschen machen kann. So, dass man irgendwie auch aus Hupen oder aus Rauschen oder aus was weiß ich, dass das alles irgendwie, wenn man es eben neu zusammensetzt, dass das musikalische Komponente haben kann. Ganz krass vereinfacht. Und es gab dann eine Entwicklung aus Frankreich, das nennt sich Musik konkret. Das sind einfach aufgenommene und wieder abgespielte Samples im Endeffekt. Also Sampling basiert auf Musik konkret. Das gibt's bis heute. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ja, damals und heute nennt man das Sampling. Man nennt es auch Sampling, aber es gibt eine Form, wo man sagt, das ist Musik konkret. Und Musik konkret war so halt ein ganz wichtiger Vorläufer, wenn es um irgendwelche Dinge ging, die halt nicht live gemacht wurden. So, es gab dann irgendwie noch so ein paar Zwischenstationen in den 60ern, Kontakte von Karl-Heinz Stockhausen. Karl-Heinz Stockhausen. Erstes elektronisches, komplett elektronisch erzeugtes Stück sozusagen. Ich glaube, 63. Ich habe die Jahreszahlen nicht mehr so ganz im Kopf. Genau, im Zweifel, falls ich jetzt falsch liege, packen wir sie nochmal in die Beschreibung und da blenden die kurz ein. Und das war so ein ganz wichtiger, ganz wichtiger, ganz wichtiger Meilenstein. Weil alles, was für uns heute so völlig normal ist, dass man Sachen sampelt, dass man irgendwie Dinge aufnimmt, dass man irgendwie, keine Ahnung, einen Baseballschläger nimmt und damit auf den Fass haut und sagt, das ist jetzt meine Snare. Das war damals völlig undenkbar. Und die ganze künstlerische Szene hat sich dagegen aufgelehnt. Also es gibt wirklich Podiumsdiskussionen von Josef Beuys, wo der sich echt mit irgendwelchen führenden Leuten anlegt und halt mit denen irgendwie da stundenlang diskutiert und sagt, nee, das ist auch Kunst. Und was ihr hier irgendwie fabriziert, das ist völliger... Also man muss halt so, für wenige, die Josef Beuys nicht kennen, der war Professor, ich glaube, in Düsseldorf an der Kunsthochschule und dann später in Hamburg. Und der hat echt so Sachen gemacht, wie der meinte, dass es eigentlich auch eine Prüfung für Kunststudenten gibt, das ist ein Unding. Und dann haben sie irgendwie 250, ich finde jetzt so halb Zahlen, ich glaube, es waren auf jeden Fall über 200 Leute, haben sich beworben und von denen wurden irgendwie nur ein paar Dutzend genommen. Und dann hat er den letzten, ich glaube, 218 Studierenden, die abgelehnt wurden, hat er gesagt, bewerbt ihr, meldet euch bei mir, ich gebe euch einen Platz. Und dann hat er die alle immatrikuliert. Nice. Und war so, ja, ich bin ja Professor, kann ich auch machen, ne? Und das ging wirklich so weit, der hat sich so krass mit dem Dekan angelegt, dass der den ein paar Jahre später wirklich rausgeschmissen hat. Und dann gab es wirklich, also es gab Demonstrationen auf dem Campus, die haben international Post bekommen von der Kunstszene und haben gesagt, ihr könnt den Typ nicht einfach feuern. Das ist Josef Beuys, von dem wir hier gerade sprechen. Also so eine Größe war das. Und der hat halt wirklich einfach diese ganze, der hat sich wirklich echt mit der ganzen Kunstwelt angelegt. Und ich denke mir so, geil, geiler Typ. So, und diese ganze Idee, dass man aus allem Kunst machen kann, ist für uns völlig selbstverständlich. Aber das war halt in Mitte des 20. Jahrhunderts noch nicht so selbstverständlich. Und diese Idee, dass man aus Industrieklängen überhaupt Musik machen kann, das kam noch später. Das ging erst so in den, ich sag mal, 70ern bis in den 80ern ging das dann so langsam los. Also ein Name, der auf jeden Fall immer genannt werden musste, ein Stürzende Neubauten. Deutsche Gruppierung, die total, also gerade in den 80ern die Sachen, die die gemacht haben, total wichtig. Ministry hast du eben, glaube ich, schon mal kurz genannt. Ganz wichtige Industrial Band. Und die ersten zwei Alben von den Swans sind auch brachial. Und das Ding ist, da geht es halt wirklich drum, diese Ästhetik von wiederkehrenden Maschinengeräuschen zu nehmen und die Klangwelten. Also ebenso, man hört ständig irgendwelches Metall aufeinander hauen in einer großen Halle. Das ist so ein Sound, der im Industrial ständig reproduziert wird. Klang, das ist so ein Industrial Sound. Selbst bei Nickelback gibt es. Selbst bei Nickelback. Feed the Machine ist ein Song, wo genau so ein Amboss, was auch immer da zu hören ist. Genau. Also alle Industriegeräusche, die sind irgendwelche Ketten, die irgendwo drüber rasseln. Irgendwas, was so shaked und nochmal so. Und alles, was irgendwie, alle Motoren, alles Gesumme, alles Geserre, alles das genommen und musikalisch neu verarbeitet. So und das Ding mit Industrial war halt so ein bisschen, das war halt ein Denkexperiment. Das war halt so Konzeptkunst. Und wie das bei Konzeptkunst ja oft so ist, die fokussieren sich nicht auf Ästhetik. Also nicht auf Schönheit. Aber darum geht es ja auch. Darum geht es ja Josef Beuys auch. Dem ging es ja drum so, Kunst muss nicht schön sein. Kunst muss irgendwie, Kunst ist was Soziales. Der hat den Begriff der sozialen Plastik geprägt, wo er sagt, Kunst ist was, was man zusammen macht, von Menschen für Menschen. Und Kunst ist was, was eine Aussage hat und was, was bewegt und so weiter und so fort. Also da ging es nicht nur drum, wir haben jetzt hier irgendwie Beethoven gehört und das war total schön nach unseren Maßstäben. Sondern er hat gesagt, ich habe irgendwie ein Klavier, einen Filz eingepackt, das ist auch Kunst. So hat er wirklich gemacht. Und er hat viel mit Fett und mit Filz sogar gearbeitet. Das waren irgendwie so seine Materialien. So die fette Ecke kennt man auch. Ist das Kunst oder keiner ist weg. So diese ganze Idee, dass man halt irgendwie aus Maschinenklängen Musik macht, natürlich klang das viel der Zeit auch einfach scheiße. Und es gab dann Bands, wo man sich zum Konzert gegangen ist und dann denkt man sich so, ja, aber das ist auch mal gemacht. Also es war schon teilweise sehr verstörend, sehr avantgardistisch. Ich will das jetzt gar nicht abwerten, sondern es hat halt, also Industrial hat halt schon viel in dem, in der Ästhetik, in der das zu Hause sein wollte, war das auch zu Hause. Also es ging nicht um, wir haben jetzt hier eine schöne Harmonie, sondern es ging viel um Rhythmik, es ging viel um Wiederkehrendes. Wir haben eben Off-Camera, habe ich schon gesagt, so wenn ich mir, seit ich mir Industrial so ein bisschen mehr angehört habe, verstehe ich die ersten Rammstein-Alben ganz anders. Weil ich mir auch denke, dieses ein Riff, wie die Beknackten für fünf Minuten durchzuspielen, das kommt halt, die Idee kommt halt aus dem Industrial. Die haben dann halt daraus irgendwie neue deutsche Härte entwickelt, wo es dann auch um Lyrik, auch um Harmonie, auch um diesen ganzen Kram ging. Und Industrial war halt alles, aber nicht, also nicht einem breiten Publikum irgendwie zugänglich. Das war halt schon so sehr nischig. Und ich habe letztens noch eine Doku über Industrial geguckt, in Zugemeines. Ich lese mir jetzt mal ein bisschen Industrial an. Und da wirklich im allerletzten Kapitel sagt der Typ, der das gemacht hat, wirklich, nein, von den Schnells waren die Band, die Industrial saunlauffähig gemacht haben. Die haben Industrial in den Pop geholt und haben so eine perfekte Symbiose geschaffen aus, das ist schon noch, das hat noch diese brachiale, martialische Rohheit von diesen Maschinenklängen und dieser Loop-Logik, sage ich mal. Es gibt ja auch noch viele Klänge, die wirklich einfach aus dem Industrial gesampelt sind. Aber es ist eingängig genug, dass man das auch als Otto-Normal-Rock-Metal-Hörer gut hören kann. Also gerade bei With Teeth. With Teeth war so das erste Album, wo ich sagen kann, ich als Typ, der auch viel Pop hört, voll mein Ding. Bei The Downward Spiral habe ich ein bisschen länger gebraucht, um reinzukommen. Das war so, vielleicht zwei, dreimal hören, bis sich das irgendwie alles so ein bisschen aufgedröselt hat. Aber spätestens ab With Teeth und Year Zero und The Slip, alles Alben, wo ich sage, ja, die Härte und die Aggressivität und so die Ästhetik von Industrial, aber geile Melodien, geil gesungen. Wir wollen gleich auch ein bisschen über Trent Reznor als Sänger reden. Geile Texte auch irgendwie und super eingängig und super griffig und super zu Ende gedacht. So und nicht nur so, wir jammen hier jetzt eine Dreiviertelstunde live rum und dann gehen wir nach Hause. Ich habe gerade, als du darüber geredet hast, also über Industrial Maschinen, ich finde das so faszinierend, weil das natürlich, also wenn wir darüber reden, Musik, da brauchen wir Menschlichkeit, da brauchen wir Gefühl. Und da einfach genau das Gegenteil zu machen und zu sagen, okay, eine Maschine macht immer nur dasselbe und die ist für eine Funktion, mal ganz simpel gesagt, da, also keine Ahnung, da wird mit dem Metallbomb, da haut das aufeinander und haut immer nur so ein kleines Stück Plastik, Metall, was auch immer raus. Daraus zu sagen, ey, daraus, das ist genauso Musik. Das ist vielleicht nicht in den, so wie wir es gewöhnt sind, aber auch das kann Musik und kann Kunst sein. Und dann noch den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt das, also weil wir, wenn wir über das für Metal reden, oder wenn wir Fear Factory, das ist ja, die haben ja ihre gesamte Band, eine ganze Lore drauf aufgebaut. Das ist einfach Fear Factory, da hast du die Fabrik und die, die spielen sehr viel mit so Cyborg, die Verbindung zwischen Mensch und Maschine und ganz viel Krieg und Blut und alles ganz furchtbar zum Teil. Wenn man sich Replica zum Beispiel anhört, die Snare ist ja so, das ist ja ein Maschinen-Sound. Genau. So hart gespielt, dass das im Prinzip klingt wie irgendwie irgendwas Maschinelles, was da gerade abgefeuert wird. Genau, und auch, dass die Gitarren sehr abgehackt sind. Das ist übrigens auch was, weil wir in einer Folge über Link im Park eine gemacht haben, auch da war das ein bewusster Aspekt zu sagen, also vom Sampling kommen, alles ist relativ abgehackt und hat eben diesen künstlichen Faktor. Das wollen wir auch in den Instrumenten, die menschlich gespielt sind, also in der Gitarre eben auch drin haben, wo sie auch viel gegen so ein bisschen Widerstand gelaufen sind, weil das eben nicht dieses Pop-Weich-Gelutschte, was auch immer ist. Und das finde ich so spannend, dass man aus diesem rausgeht, aus diesem Maschinen-Krieg-Szenario und dann aber sagt, ich bringe jetzt hier aber eine wunderschöne Melodie rein, die ganz weich reinkommt. Und das finde ich ist auf With Teeth, gibt es so viele Songs, wo das das so untergräbt und aber wunderschön zusammenpasst. Ich habe noch eine Sache, wenn wir... Ganz kurz, sorry, wenn ich hier kurz reingerätsche, With Teeth groovt halt wie Sau. Also es ist, der hat so ein gutes Tempo für alle Songs, weil nichts kann einen Song so schnell ruinieren, wie wenn er zu schnell oder zu langsam gespielt wird. Und die Songs auf With Teeth haben alle das richtige Tempo. Ja, ja. Und apropos Tempo, würde ich mal ganz kurz sagen, wie gefallen dir eigentlich die Drums auf With Teeth, wenn sie eingespielt sind? Weißt du, wer sie eingespielt hat? Dave Grohl? Das war fucking Dave Grohl. Das muss man sich auch nochmal so... Also wirklich... Ich meine, dass Dave Grohl auch so bei Queens of a Stonehead und so weiter, der ist auch mal abbiegig unterwegs. Aber ich finde es so lustig, dass einfach auf so einem Album, das so eine Bedeutung hat und das so... Weißt du, da könnt ihr auch draufstehen. So wie Will Gruben, der taucht einfach überall mal auf, gibt so seinen Senf dazu und dann wird's gut. Aber auch... Genau, aber auch was für einen Senf? Und ich meine, das ist ja auch so eine Aussage, dass du dann so ein Album machst und da steht nicht groß drauf, puh, war das Dave Grohl. Und Dave Grohl sagt, nee, ist fein. Ich mach das für die Musik. Weil das Drumming ist was und auch die Art, wie das Drumming eingesetzt wird. Ich finde, gerade bei With Teeth hat man ganz oft so dieses... Es klingt erstmal irgendwie daneben oder das ist man nicht gewöhnt, wie ihr die Beats aufbaut. Aber das funktioniert alles. Also es gibt auf dem Album nicht einen Song, wo ich sagen würde, ah nee, da hat er sich jetzt verlaufen oder da, keine Ahnung, da weiß ich nicht, wie das jetzt hier reinpasst oder was ich da denken soll. Sondern es ist wirklich von vorne bis hinten. Auch die Balladen, die drauf sind, sind... Erster Song zum Beispiel. On Point. All the Love in the World ist auch ein Song, der ich vom... Also wir müssten eigentlich mal eine Folge machen mit so die besten ersten Songs auf einem Album. Besten Opener. Ja, voll. Das, finde ich, ist ein faszinierendes Ding, weil gerade All the Love in the World ist so ein toller Aufbau, weil mittendrin fängt dann so ein EDM-Beat einzusetzen und das Ganze wird immer elektronischer. Und dann geht er nochmal plötzlich in ein anderes Tempo rein mit dem Klavier und so, hä? Wo kommt er jetzt her? Und das ist echt... Also ich finde bei With Teeth hat er so die perfekte Symbiose aus irgendwie noch ein bisschen skurril und so ein bisschen out of the box gedacht und so ein bisschen aus einer Industrie-Richtung, auch was so das Sound-Design angeht, aber halt Zugänglichkeit geschaffen. Was ich auch noch stand, fand so, er hat ja mit David Bowie zusammen auch, beziehungsweise die waren zusammen auf Tour, die haben zusammen Songs gemacht, das fand ich auch noch stark, weil David Bowie ja auch jemand ist, der halt musikalisch aus einer anderen Richtung kommt, aber vom Spirit und wie er mit der Kunst umgeht, war das... Wann ist er ähnlich, ne? Genau, fand ich das total logisch, dass die beiden irgendwie interagiert haben. Im ersten Moment weißt du, oh krass. So sind halt beides so Freigeister irgendwie. Genau. Ganz, ganz unterschiedlich, ne? So ein bisschen, ja, voll. Also auch von der Außenwahrnehmung auch völlig unterschiedlich, weil David Bowie war ja immer schon so ein bisschen so eine queere Ikone und Trent Reznor ist halt irgendwie so dieser schwarz angezogene Dude, der irgendwie Marilyn Manson produziert. Also, ne? Es sind so ein bisschen so Engel und Teufel in meinem Kopf gerade. Ja, ja, ja. Weißt du, so einer so ein bisschen so hui und so ein bisschen so David Bowie, also der Typ war ja Titan, ne? Also der war ja gerade, was diese ganze, will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber auch was so Sexualität und irgendwie sexuelle Befreiung und so anging, war der ja absolute Koryphäe und total relevant. Und Trent Reznor, wenn du dir den anguckst, der sieht da aus wie, wie sieht der aus? Ich kann's gar nicht, ich will's gar nicht so wertend beschreiben, aber halt so wie die Antithese dazu. Ja, schon so ein bisschen, auf jeden Fall runtergefahren, ne? Ja, voll, viel runtergefahren. Immer so, ich sehe den immer nur in schwarz irgendwie. Und irgendwie so total verschlossen auch, aber halt trotzdem so krass dieser Freigeist. Also gar nicht so konservativ, ne? Ich bastel jetzt hier irgendwie stundenlang nur in meinem Kellerraum, weil ich keine Menschen sehen will, sondern schon so total progressiv in seinem musikalischen Denken. Ja, und ich glaube aber auch so ein bisschen, also es ist lustig, wo du gesagt hast, so in schwarz, weil ich hab mich gerade versucht zu erinnern, ob ich den irgendwann mal nicht in einem dunklen Shirt oder sowas gesehen habe, weil er ja auch immer auftritt mit schwarzen Shirts und so. Ich glaube, das ist halt eine Ebene, die ihn nicht so interessiert. Also der zieht sich halt, ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, der macht sich jetzt überhaupt gar keine Gedanken, aber das ist halt so sein Ding. Der ist, glaube ich, so, und da ist er auch fein mit. Als ich das mit Bowie das erste Mal so richtig mitgekriegt hab, fand ich das mega krass, weil eben dieser Titan David Bowie, den ich auch überhaupt nicht mit Trent Reznor oder nein, Schnell zusammengebracht hab, weil das ist ja nicht nur so, dass die gesagt haben, wir machen jetzt mal irgendwie einen Song, sondern es war ja richtig so, Bowie hat halt Reznor auf die Tour mitgenommen und dann ist es auch nicht so, dass die einfach nur eine Schnell zusammengespielt haben, David Bowie, die haben zusammen ja performt. Also die haben sich gegenseitig, glaube ich, richtig viel gegeben und ich glaube auch, also von dem, was ich Trent Reznor hab sagen hören danach, war das für ihn eine wahnsinnig prägende Zeit. Also einfach dann auch so diese... Ich glaube, mit David Bowie auf Tour sein... Da nimmt man schon was mit. Also ich glaube, auch aufmerksamkeitstechnisch gelohnt. Da war aber auch genauso dieses Ding so, weil eigentlich das Publikum von David Bowie und Nein in Schnellt so, hä, aber das hat... In die Schnittmenge, oder? Hat aber total funktioniert. Okay, witzig. Hat total funktioniert. Also das war wirklich so eine... Also es gab Stimmen vom Konzert, das waren dann vereinzelte, aber die so richtig geflasht waren, die so irgendwie gesagt haben, das war... Mein Mind, mein Geist ist aufgegangen und ich bin in eine ganz andere Welt und erfahren und was ich dann eben auch von diesen Live-Auftritten gesehen habe. Das war krass. Das hat man nicht kommen sehen. Das gucke ich mir später noch an. Ja, ja, mach das mal. Das war... Es ist wirklich, wirklich witzig gewesen. Kurzer Einwurf, bevor ich es vergesse. Ich finde, dass man auch... Also ich habe zum Beispiel Marilyn Mansons Sound besser verstanden, nachdem ich wusste, dass Sven Rezner den früh produziert und auch sehr geprägt hat. Also weil ich... Ich glaube, mein Lieblings-Manson-Album ist die Golden Age of Grotesque, von 2003 oder so. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt der auf diese Sounds? Also wie... Also die Stimme finde ich sowieso schon krass. Ja. Weil die ja auch oft so effektiert und so verfälscht ist und aber auch die Art, wie Manson singt, also Marilyn Manson, die ist schon auch so echt schräg. Also das ist schon auch sehr eigen. Und gerade so der Song irgendwie Golden Age of Grotesque, die echt der Anfang klingt, ist, weißt du, gerade in der Vorhölle. Und die hätten da einfach Foley, die hatten einfach so Abmo aufgenommen. Und wenn man jetzt das aus so einer Industrial-Musik-Perspektive betrachtet, denkt man so, klar. Also ich habe letztens nochmal die Songs durchgesteppt und dachte, du kennst halt jeden Song auswendig. Also ich habe es viel mehr gehört, als mir klar war, dass ich so viel gehört habe. Aber also ergibt plötzlich total Sinn. Genauso wie Rammstein plötzlich. Also die frühen Rammstein-Sachen vor allem mehr Sinn ergeben. Und alles, was so ab den 90ern im Prinzip passiert ist in der Musik, ich finde, man spürt auch immer mal so bei so anderen Bands, so Pantera zum Beispiel, das klingt manchmal auch alles sehr maschinell, was die da gemacht haben. Und ich würde nicht ausschließen, dass die da sich auch Inspirationen geholt haben. Nicht, dass die jetzt aktiv in den Industrial-Bereich gehen wollten. Ich weiß gar nicht, ob die als Industrial-Metal irgendwie aufgeführt sind. Aber ich finde so, wenn man spürt oder wenn man so ein bisschen sich mit Industrial beschäftigt hat und so ein bisschen die Ästhetik gehört hat, hört man das aus so ganz vielen anderen Sachen, hört man das so raus. Das ist so, wie wenn der Industrial das einmal so angefasst hätte und da ist so ein bisschen so Spur drauf geblieben. Ohne, dass das jetzt alles Industrial war. Aber so irgendwie, es ist wieder so ein schönes Beispiel, wie ein Genre, das selbst gar nicht so krass präsent war, dann aber so ganz viel danach beeinflusst hat. Punk ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also der originale Punk, der 70er. War kommerziell überhaupt nicht so das Ding, aber aus dem Punk sind halt eine Million Sachen entstanden. Zwischen, also Hardcore, dann irgendwie Metal ist da in weitestem Sinne mit draus entstanden, so aus so einer Symbiose aus Punk und noch ein paar verschiedenen anderen Sachen. Und so ganz viele so Sachen, ganz viele Genres, die für uns heute völlig normal sind, hat alles Wurzel, alles im Punk. Und Punk waren eigentlich nur zwei Jahre. Ja, ich meine, wir haben über New Metal viel gesprochen. Das ist ja auch so ein Ding, was so richtig groß, ich meine, es gibt noch die Bands und die sind auch noch erfolgreich, aber so dieser richtige klassische New Metal war ja auch nicht, dass das so ein, seit 30 Jahren feiern wir den New Metal, sondern es gibt ja auch genug Stimmen, die sagen, Gott sei Dank ist das vorbei und das war also eine Phase. Ich hatte gerade so den Gedanken, dass Industrial fast wie so ein Gewürz ist, was man gerade im Metalrock überall easy drüber stand und auch im Pop eigentlich immer so einstreuen kann. So eine Muskatnuss. Genau. So ein bisschen, aber ein ganzes Essen würde ich jetzt nicht. Bringt dich auch irgendwie um. Nee, weil das diese... Ja, das kann man über Industrial aussagen, wenn man es zu lange hört. Ey, boah. Ich habe euch nochmal unter, wenn ihr das auf YouTube, ich habe euch mal ein paar Industrial Sachen unter das Video verlinkt. Falls ihr mal reinhören wollt in so das Industrial, Industrial, gebt euch das mal. Ich finde es geil, aber ich stehe halt auch auf rhythmische Mucke, aber ich höre mir das jetzt auch nicht jeden Tag an. Ich finde das aus einer ästhetischen und aus einer konzeptionellen Art, finde ich das geile Musik, aber ich höre mir das höchstens mal zwei Tage immer mal wieder an und dann denke ich mir auch so, okay, genug Industrial für dieses Jahr. Ja, ich habe für mich selber auch nie so richtig verstanden, wo meine Faszination in diesem dreckigen elektronischen Industrial dann in Schnellsgedanken, also was das genau ist. Ein Faktor, über den wir nochmal sprechen sollten, weil das hatten wir glaube ich auch schon ein, zwei Mal etabliert. Ich habe ja gesagt, dass ich, Trent Reznor, also wie habe ich es denn formuliert? Ich finde nicht, dass der gut singen kann, war glaube ich mein Wortlaut. Oh, lange Diskussion. Ist eine lange Diskussion gewesen und ich finde, dass das, also nach hinten raus habe ich auch das ein bisschen anders begriffen, aber als ich mich, als wir angefangen haben darüber zu reden, lass uns nochmal einen Podcast machen, ich habe das gehört und weiß, ist mir wieder dieser Gedanke gekommen und gerade bei With Teeth, wo ich dachte, ich habe das Gefühl, der liegt immer so ganz knapp auf den Noten, aber irgendwie auch immer so ein bisschen daneben und daraus war so meine Schlussfolgerung, der kann ja gar nicht richtig singen und macht es halt einfach. Und da warst du so, wie du es dann manchmal so sagst. Ich finde halt, man muss so ein bisschen unterscheiden, gerade bei Gesang. Es gibt halt so, es gibt halt so Sänger, die sehr technisch sind und die auch, was auch wirklich krass ist. Ich will es gar nicht, also ich will es überhaupt nicht werten. Ich meine, das ist nur beschreibend, wie Menschen unterschiedlich ihre Stimme einsetzen. So, es gibt halt Leute, die wirklich so pitchkrass sind, die einen krassen Ausdruck haben, die ein krasses Volumen haben. Adele zum Beispiel. So klassische, klassische Soul-Sängerin, da geht es viel um Volumen, da geht es viel um Ausdruck, die hat einen krassen Pitch, also die trifft echt jede scheiß Note. Auch live. Auch nachts um drei. Das ist eine absolute Titanin, wenn es um Gesang geht. Mega. So, die war gerade wieder auf Tour dieses Jahr mit ein paar Live-Konzerten und dachte mir so, boah, wie kann man live so gut singen? Ariana Grande ist auch so eine völlig unterschätzte Live-Performerin auch. So, weil, ja, ja, Popgoldkirchen, fantastische Sängerin. So, und das ist so das eine Ende des Spektrums und das andere ist, wenn es wirklich nur noch, also das andere ist, wenn es nur noch um Ausdruck, nee, um, ich sag mal Sounddesign geht. So, zum Beispiel Leute, die wirklich nur noch growlen oder Miss Sugar meinetwegen. Wenn es wirklich nur noch ums Geräusch geht und gar nicht mehr so wirklich um so Nebensächlichkeiten wie irgendwie Text oder Töne. So, und dazwischen ist halt alles möglich. Ja. Und, ähm, es gibt, also growling, es gibt, ich hab mal von einem Gesangs, ähm, von einem Gesangslehrer, der auch sehr krasser Spezi da ist, meinte der, hab ich eine geile Unterscheidung gehört und zwar gibt es einmal so Scream und einmal growl. Scream ist alles, was so Chester Bennington gemacht hat, also so ein menschlicher Schrei und growlen ist dieses Tiefel, wenn es mehr so animalisch wird. Ja. So, und so Slipknot, growl, Lincoln Park, Scream. Ja. Wie geil und absolut sinnvoll verständliche Unterscheidung. Fred Durst? Ähm, beides tatsächlich, aber eher growl. Uh, ja. Eher growling. Echt? Ja. Kommt eher aus der growl-Technik. Bei Scream geht's schon auch um Pitch, beim growlen schwierig, weil das ist eine andere, es ist schwer, da Töne zu erzeugen. Ja. Und es gibt, also das Spektrum ist breit und es gibt alles, es gibt in jeder Ausführung alles. Es gibt Leute, die so ein bisschen mit dem Pitch irgendwie spielen und dann nicht so ganz sauber sind, aber die dafür würde ein bisschen mit Ausdruck arbeiten. Und es gibt Leute, wo du nie genau weißt, welchen Ton die gerade singt. So, und bei Trent Reznor finde ich es so, der hat nicht so diesen perfekten, der trifft nicht immer perfekt die Töne, der phrasiert da auch immer nicht so perfekt rein und raus, weil Phrasierung ist auch ein Riesenthema, wie ich gar nicht mehr anfange. Aber der benutzt seine Stimme halt mehr wie ein Instrument. Und bei dem geht's mehr um die Ästhetik hinter der Stimme. Es passt auch wieder gut zu dieser Industrial Logik, da geht's gar nicht drum, den perfekten Pitch zu haben, sondern es geht drum, was die Aussage hinter dem ist, was da gerade musikalisch stattfindet. Und wenn du zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Songs vergleicht, All the Love in the World, wo er so ganz, wo er so ganz zart so anfängt, Why do you forget all the love in the world? Da geht's ja um so, der singt ja so ganz nah ins Mikro und das ist ja so ganz intim irgendwie. Und das ist aber vom Text aus so ein bisschen kontrapunktisch irgendwie, kontrapunktiert, finde ich. Und dann hat man irgendwie zwei Songs weiter The Collector, I pick things up, I am a collector. Und das singt ja so total abgeklärt irgendwie. Und da ist ja auch immer so, wenn man mal so zwischen den, zwischen den eigentlichen Tönen hört, dann hört man, dass der auch so viel mit seiner, also der arbeitet total viel mit Ausdruck. So, also der sagt so, da, 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 da. Es ist nicht so, der singt nicht einfach nur die Töne, sondern der macht wirklich viel damit. So, und die Art, wie der das singt, wie der, ich würde den gerne mal sehen, wenn der The Collector live macht, weil ich glaube, der macht wahnsinnig viel da. Und wenn man sich das mal, wenn ihr euch mal den Song anhört, dann macht mal die Augen zu und stellt euch vor, wie die, wie das Gesicht von dem aussehen muss, um diese, um diesen Sound zu generieren. Weil es ist ja was anderes, ob du machst, I pick things up, I am a collector. Oder I pick things up, I am a collector. So, also das ist ganz übertrieben, aber das ist halt so, das ist halt mehr Klangästhetik oder mehr Ästhetik, wie es, welche Stimmung es erzeugen soll, als jetzt damit, dass die Töne irgendwie perfekt da sind. Und ich finde dafür, dass der so viel Ausdruck hat, trifft er die Töne ziemlich gut. Ja, das stimmt. Es ist, als ich jetzt gerade dann, also wenn wir über With Tea drehen, es wäre jetzt auch nicht so, ich bin das durchgegangen und für mein Gehör, er war nie irgendwo daneben oder ich hatte das Gefühl, da hat er sich jetzt übernommen oder trifft es nicht, sondern das ist alles genau so, wie es sein soll. Der ist schon da, wo er sein will. Es ist halt nicht so Goldkehlchen, ich schalte jetzt den Ton ganz lange, damit ihr mal hört, welcher es ist, sondern es ist halt so, Tonhöhe ist halt sekundär oder auf Platz drei so. Ja, ja, ja. Und es würde auch, das ist das andere Ding, die ja gar nicht zu den Songs im Zweifelsfall passen. Voll. Das ist so, wenn das jetzt jemand anderes singen würde, würde der Song nicht mehr so funktionieren, weil das eben er, der auch mit zu dem Dreck in Anführungszeichen gehört, der über allem drüber liegt. Das ist eine wunderschöne Melodie, die er singt, aber die ist dann eben so ein bisschen so anders. War ja auch eine relativ tiefe, dunkle Klangfarbe, wollte ich sagen. Und dafür kommt er schon relativ hoch oft und da bleibt er dann auch. Aber ich habe immer, und das ist vielleicht auch wirklich sein Ding, dass ich immer das Gefühl habe, das geht und der Ausdruck ist da, aber es ist eben nicht dieses, also ich habe noch ganz bisschen weiter und es würde brechen, aber das soll so. Der ist genau da, wo er sein will mit seiner Stimme, glaube ich. Und daher kam das. Wer das, was uns auch viel macht, ist der Sänger von den Idols. Dem sind ja Töne im Zweifel auch egal und der macht unglaublich viel mit Ausdruck. Also gerade bei, wenn ihr euch mal, es gibt so eine Aufnahme von denen, wo sie live in the basement und da spielen sie Wheel, The Wheel. Und da sieht man so richtig in seinem Gesicht auch, was der alles macht, um diesen Sound zu kriegen. Also es ist nicht so, dass der einfach nur da sitzt und die Töne singt, sondern der geht so richtig mit und man sieht echt an der Mimik, wie krass, wie viel Arbeit das erfordert, diesen Sound zu machen. Und das fand ich echt eindrücklich. Und ich glaube, genau da ist Trent Reznor auch. Und ich finde, der ist, also der ist ein guter Sänger. Aber der hat halt ein anderes Verständnis von gesanglicher Ästhetik als jetzt, keine Ahnung, Adele. Oder als, sagen wir mal, Chris Martin von Coldplay. Chris Martin von Coldplay, ganz anderer Sänger. Dem gibt es eine total glatte, total saubere, total, also die Popstimme, wenn man so will. Und da geht es um ganz andere Gefühle und da geht es um eine ganz andere Ästhetik, wenn der einen Song singt, als wenn Trent Reznor einen Song singt. Ja, deswegen ist die Aussage auch, der ist kein guter Sänger. Das natürlich war nicht durchdacht. Aber ich fand es so interessant, weil das für mich so in dem Moment so offensichtlich war. Und dann erst durch unser Gespräch dachte ich so, ja, oder habe ich mal wirklich drüber nachgedacht. Warum klingt das denn so, wie es klingt? Was macht das denn für den Song? Und, ne, ich meine, Trent Reznor, du kannst ja deine Stimme nur auch nicht so komplett umkippen und das so komplett, also klar, technisch würde das gehen und das macht er ja auch bewusst nicht. Von daher habe ich das für mich dann so abgehakt als, ach, guck an, man sollte mal so... Der singt halt auch. Der singt halt auch, ja. Das passt, das ist schön. Ähm, Till. Lieblingssongs? Ja, gerne, Lieblingssong. Finde ich auch gut. Hast du einen Lieblingssong, Till? Ich schwanke immer zwischen The Collector und Sunspots. Weil dieses, im letzten Teil, in der zweiten Hälfte von Sunspots, diese Melodie... So simpel. Und ich habe mir das, glaube ich, 50.000 Mal am Stück angehört gefühlt, weil es ist so... Mir geht das so rein. Ich liebe das, wenn Leute mit zwei Tönen ein geiles Gefühl erzeugen können. Und das ist in meinen Top 5 der Songs, die sowas können. Und Collector ist einfach so geil. Und also auf den Punkt. I pick things up. I am a collector. So, okay, Mann. Das ist einfach irgendwie... Das ist die dümmste Zeile des Albums, aber es geht so voll rein irgendwie. Es ist so... Ich mag, glaube ich, auch, dass das einfach so überhaupt keine Meta-Ebene in dem Augenblick braucht. Sondern es ist einfach so... Ja, ich sag... Ja, ja. Also, der Song ist dann noch... Der hat noch... Der hat noch eine totale Tiefe. Ja. Aber die erste Zeile, I pick things up, I am a collector. Das ist fast... Als hätte er gesagt, I am the up-picker oder irgendwie sowas. Ja, es ist... Ja, es ist einfach gut. Und also, das ist total simpel. Und vielleicht ist das der Teil von mir, der auch Nickelback gerne hört. Der einfach mit so stumpfen Sachen gut kann. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Nickelback-Folge ist übrigens schon raus. Gucke ich die gerne... Hört ich die gerne an. Aber es gibt... Manchmal braucht es einfach nicht viele Worte. Sagt er in einem Podcast, der fast eine Stunde geht. Und so das finde ich bei The Collector einfach spannend. Weil das ist... Da ist nicht viel Text und irgendwie resoniert das alles mit mir, was der sagt. Cool. Ich tue mich wahnsinnig schwer, um zu sagen, das ist der eine Lieblingssong, weil das Album ja sehr viele Facetten hat. You Know What You Are ist so ein Ding, der... Oh, der fucking... Ja, und... Also, ach, das Schlagzeug. Meine Güte, dieser Beat. Und aber auch gerade, weil der als zweiter Song nach All The Love In The World kommt, ist das so... Schöner Kontrast. Genau. Und also, als ich das das erste Mal gehört, da habe ich die Anlage relativ ausgedacht. Ich erinnere mich noch. Laut gemacht war ich da. Oh, schön. Und plötzlich ballert ihr diese Schlagzeug. Ich glaube, das wollte der auch. Wow. Ey, da habe ich mich nämlich selten so schnell in der Anlage versucht, drunter zu drehen. Also, das ist ein wahnsinnig gutes Ding. Ich mag auch den Rausschmeißer, Right Where It Belongs. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Song, der so ein bisschen kitschig aufgeht, weil so mittendrin, also die Effekte, die auf seiner Stimme liegen, das alles ein bisschen dumpfer machen. Die zieht er dann raus gegen Mitte und dann hört man so Applaus und dann so Right Where It Belongs. Und dann am Ende summt er dann noch so mit... Das hat mich voll erwischt. Und ich dachte auch erst, das ist mir zu kitschig. Aber auch da ist wieder dieser Dreck drauf. Und dieser Dreck macht es für mich so echt irgendwie. Und also den liebe ich, liebe ich, was das angeht. Ich finde aber, also auf dem Album gibt es vielleicht einen Song, wo ich sagen würde, den finde ich ein bisschen schwierig oder anstrengend. Every day is exactly the same. Den finde ich so ein bisschen... Every day is exactly the same. Wobei der Chorus exactly the same ist. Ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen... Den skippe ich eher. Und er singt den halt auch. Und das, glaube ich, ist wieder so ein Ausdruck. Sondern every day... Das ist halt auch von der Art, wie der das singt, anstrengend. Ja. Und es kann aber auch sein, dass das die Meta-Ebene ist. Und ne? Also... Und das ist ja so dieses Gefühl, wenn du halt... Jeder Tag ist der gleiche und du hast hier so eine Ader, ne? Und irgendwo... Ne? Also, es ist so... So gesehen finde ich den Song wieder als Kunstwerk spannend, aber ich weiß, was du meinst. Ich höre mir den auch nicht die ganze Zeit. Ne, ist eher so... Den skippe ich eher. Ja, ja. Aber es ist eines dieser Alben, wo so viele gute Songs drauf sind, dass ich am Stück hören kann und da gibt es nicht so viele von. Deswegen... Ey, wenn ihr einen Einstieg wollt, sucht, wo ihr immer gesagt habt, Nein, den schnellst. Ich habe den Namen so aufgehört. Trent Reznor. Der hat doch diesen Soundtrack gemacht. Der hat doch einen Oscar gekriegt. Aber... Der hat doch mal Johnny Cash gekovert. Und dann seid ihr irgendwie auf eurer Lieblings-Straining-Plattform und dann seid ihr so bei Pretty Hate Machine und sagt so... Uiuiui. Geht doch mal bei With Teeth rein. Ja. Erzählt allen euren Freunden davon, der es jetzt With Teeth hört. Und dann gebt uns mal gerne Feedback, grundsätzlich. Bitte. Was ihr zu Nein den schnellst sagt. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die diesen Podcast hören, mit Nein den schnellst eine lange Geschichte haben, weil wir sind, glaube ich, beide so ein bisschen zu jung, um das richtig von Anfang an. Also, ich war vier Jahre, als Pretty Hate Machine rausgekommen ist. Ich höre die erst seit diesem Jahr, aber ich habe das schon so gefressen. Ich glaube, dass die in meinen Spotify-Charts der meistgehörten Acts auf jeden Fall in den Top 3 dieses Jahr. Ja, krass. Okay, das ist gut. Also, wahrscheinlich irgendwie nach Coldplay. Und ich weiß gar nicht, wer der andere Act ist. Wahrscheinlich mit Sugar dieses Jahr. Aber, ja doch, ich habe richtig, richtig, richtig viel Nein den schnellst gehört. Das zeigt mal, wie zeitlos das ist, weil 2005 ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Schön. Also, da muss ich an der Stelle sagen, es freut mich sehr, dass ich dir mal was geben konnte. Vielen Dank dafür, in ewiger Dankbarkeit. Blasch. Hört gerne in die anderen Folgen rein. Wir sind ja mittlerweile schon tief in der ersten Staffel drin. Wir haben einiges gemacht. Es ist eine wilde Mischung. Gebt uns, wie gesagt, gerne Feedback. Entweder hier bei YouTube, wenn ihr es da guckt, in den Kommentaren. Bei Spotify gibt es auch die Kommentarfunktion. Ihr könnt uns auch gerne Mail schreiben. Guckt gerne mal in die Beschreibung. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.